Ich habe Sichtkontakt zum Hauptlager. Halten Sie durch, Delta-3. Ich bin fast da. Wir freuen uns schon auf Sie, Racer-6-4. Da ist die Lagerhalle. Geschätzte Ankunft in einer Minute. Ich bin fast da. Wir werden uns gut machen. Ich bin fast da. 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 Ich glaube, die Art ist ein bisschen zu verletzieren. Ich bin fast da. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Habe Sichtkontakt zum Hauptlager. Halten Sie durch, Delta-3. Ich bin fast da. Wir freuen uns schon auf Sie, Razer-6-4. Okay, mein Mann. Das ist die Plattform. Das ist die Plattform. Geschätzte Ankunft in einer Minute. Habe Sichtkontakt zum Hauptlager. Halten Sie durch, Delta-3. Ich bin fast da. Wir freuen uns schon auf Sie, Razer-6-4. Habe Sichtkontakt zum Hauptlager. Halten Sie durch, Delta-3. Ich bin fast da. Habe Sichtkontakt zum Hauptlager. Halten Sie durch, Delta-3. Ich bin fast da. Wir freuen uns schon auf Sie, Razer-6-4. Habe Sichtkontakt zum Hauptlager. Habe Sichtkontakt zum Hauptlager. Halten Sie durch, Delta-3. Ich bin fast da. Wir freuen uns schon auf Sie, Razer-6-4. Wir freuen uns schon auf Sie, Razer-6-4. Ich glaube, die Art der Klarenz der Spendationen hat sich für alle. Das ist die Lagerhalle. Geschätzte Ankunft in einer Minute. Ich glaube, dass wir in einem guten Lied. Es wird besser, dass die neuen Rekruter sich verletzen. Algunen brauchen ihre Aktivität. Du hast recht. Wir werden uns beschäftigen. Das ist eine Frage. Es ist schwer, dass wir so schnell wieder zurückkommen. Muere, Bastardo! Bastardo, muere! Por ahí! Habe Sichtkontakt zum Hauptlager. Halten Sie durch, Delta-3. Ich bin fast da. Wir freuen uns schon auf Sie, Razer-6-4. Ich glaube, dass die Flasen der Flasen der Flasen die Flasen nicht verletzen hat. Ich glaube, dass die Flasen nicht so gut sind. Und wenn sie nicht, die Flasen zu schützen würden. Wir freuen uns als Pappen. Ich glaube, dass wir in einem guten Lied. Es wäre besser, dass wir uns in einem guten Lied. Ihr Schätzte Ankunft in einer Minute. Ihr Schätzte Ankunft in einer Minute. Ihr Schätzte Ankunft in einer Minute. Ja. Und wenn ich mir einen Schätzte beheisen. Sie haben sich langeballen langer wie zu mit dem Schatz. Wärtschen, ich glaube, es wäre ein etwas, was zu tun. Wärtschen, Wärtschen. ... ... ... ... Ich habe Sichtkontakt zum Hauptlager. Halten Sie durch, Delta-3. Ich bin fast da. Wir freuen uns schon auf Sie, Racer-6-4. Das ist die Lage, Highland. Geschätzte Ankunft in einer Minute. Ich habe Sichtkontakt zum Hauptlager. Halten Sie durch, Delta-3. Ich bin fast da. Wir freuen uns schon auf Sie, Racer-6-4. Ich glaube, die Art, wie Sie die Plattformen verabschieden haben, war für alle. Da ist die Lagerhalle. Geschätzte Ankunft in einer Minute. Ich glaube, das ist die Plattformen. Ich glaube, die Plattformen verabschieden sich nicht hier. Ich glaube, die Plattformen haben, die Plattformen verabschieden. Wir sind nicht die Plattformen, die Plattformen haben. Ich glaube, wir sind im Schiffen. Ich glaube, wir sind in einem guten Bauen. Es ist besser, dass die neue Plattformen noch nicht wiederverhalten werden. Die Plattformen brauchen ihre Art und Weise. Tienes razon. Nosotros nos encargaremos de eso. Por ahí! Y si no lo habrían sido los franquitos. Da es la Lagerhalle. La llegada en una hora. Debería mejor que los nuevos reclutas se comporten. Algunos necesitan mejorar su actitud. ¿No me cuesta que? Luchar con los yanquis a la costa. Y a mí. Solo se oía que habían desplegado sus fuerzas por oriente y medio. Vázquez creyó que sería fácil. Mejora la cosa o estamos acabados. Creo que la manera en que arrasaron las plantaciones sirvió de aviso a todos. Y si no lo habrían sido los francotiradores matándonos como patos. Creo que estamos en un buen lío. Será mejor que los nuevos reclutas se comporten. Algunos necesitan mejorar su actitud. Tienes razon. Nosotros nos encargaremos de eso. Música. Positivo. ¡Gracias! Oh, Mierde! Creo que estamos en un buen lío. Será mejor que los nuevos reclutas se comporten. Algunos necesitan... Tienes razón. Nosotros nos encargaremos de eso. Me cuesta creer que volviéramos tan pocos de luchar con los Yankees. Solo se oía que los niños creyaban sus puestos. Esto creyó que sería parte de... ¡De rodillas! Pero la cosa... Creo que la manera en que... Yo le aviso a todos. ¿Y si no lo habrían sido los francotiradores matándonos como otros? Creo que estamos en un buen lío. Será mejor que los nuevos reclutas se comporten. Algunos necesitan mejorar su actitud. Nosotros nos encargaremos de eso. ¡Tomaátelo! 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 ¡Rubbarde! ¡Cabrón! Oh Encuentrenlos 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 Alles klar! Wir rücken vor! Verdammt noch mal! In Deckung mit ihnen! Los! Ausrecken! Was da? Was da? Mission einnehmen! Los! Alles klar! Wir rücken vor! Mission einnehmen! Los! Mission einnehmen! Alles klar! Wir rücken vor! Wir rücken vor! Mission einnehmen! Los! Mission einnehmen! Los! Mission einnehmen! Mission einnehmen! Mission einnehmen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Position einbauten, los! Wir rücken vor! Anfänger von Fahrt, wir sind nicht aufgeliefert! Position einbauten, los! Alles klar, wir rücken vor! Das hier! Warte! 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 Säge! Warte! Warte! Verdammt noch mal! Die Stimmung mit dir! Positionen einbauen! Los! Die Stimmung mit der Die Stimmung mit der Die Stimmung mit der Leid, duương zu dir! Die Stimmung mit dem Geh, geh, geh! Verdammt noch mal! In Deckung mit ihnen! Noch mehr Gegner! Los! Ausrücken! Los! Ausrücken! Los! Ausrücken! Los! Ausrücken! Los! Ausrücken! Los! Alles sauber! Wir rücken vor! Rätet sich vor! Geht sie auf den Kopf! Geht sie auf! Geben Sie uns Deckung! Wiederhole, geben Sie uns Deckung! Wir sind schon dabei. Jetzt! Schieße Sie! Noch mehr Gegner! Verdammt! Hauen Sie da ab! Zeit klingt der Verstärkung im Annahmen. Halten Sie die Augen offen. Oh shit! Verstärkung haben Sie! Verstärkung! 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 Das war's. 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 Die Bewegung, verdammt! Kommen, Röse, sich vor! Geben Sie uns Deckung! Wiederhole, geben Sie uns Deckung! Röse, sich vor! Schnell! Geben Sie uns Deckung! Röse, sich vor! Kommen, Röse, sich vor! Röse, sich vor! Geben Sie uns Deckung! Wiederhole, geben Sie uns Deckung! Geben Sie uns Deckung! Geben Sie uns Deckung! Wiederhole, geben Sie uns Deckung! Lütermann! Na los, Bewegung! Na los, Bewegung! Verdammt! Los, los! Wir haben den Sprengstoff! Wiederhole, wir haben den Sprengstoff! Wir bringen die Ladungen jetzt an! Razer 6-4, geben Sie uns Deckung! Feindliche Fahrzeuge näher fliehen! Kümmern Sie sich darum! Alles klar! Da kommen noch mehr, ich schalte sie aus! Wir haben Kontakt! Verdammt noch mal! In Deckung mit Ihnen! Geht das an! In Deckung! Lade nach! Weitere feindliche Truppen aus in östlicher Richtung! Sie haben die Frage erreicht! Schalten Sie sie aus, Razer 6-4! Razer 6-4! Wir haben feindliche Aktivität! In östlicher Richtung! Greifen Sie an! Wiederhole, greifen Sie an! Weitere feindliche Truppen aus in östlicher Richtung! Sie haben den Bagger erreicht! Schalten wir sie aus, Razor-6-4! Razor-6-4, wir haben feindliche Aktivität in östlicher Richtung! Greifen Sie an! Wiederhole! Greifen Sie an! Springladungen bereit! Los! Funktionieren wir uns! Na los! Bewegung! Die Treppe hoch! Los! Na los! Los! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017